Die Freunde des gepflegten Nachmittagshandel, die sollten wahrscheinlich wohl eher auf die Abwärtsseite setzen. Zumindest aktuell ist die jüngste starke Bewegung des heutigen Nachmittags eben deutlich nach unten gerichtet. Wir gucken uns das hier im 5-Minuten-Chart beim Nasdaq Future in dem Fall mal an. Und dann sehen wir sehr deutliche, sehr heftige Bewegung. Nichts mit Drama, alles in Ordnung, es ist kein Riesenausmaß. Aber es ist zumindest mal etwas, wo man sagen würde, okay, da ist die Richtungsentscheidung vorläufig gefällt. Wir sehen, wir hätten sogar ein 5-Fälliges Verhaltensmuster. Jetzt kommt das Wunschprogramm. Kommt der Kurs ein bisschen nach oben und zwar gemessen vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt mit den Fibonaccis in unsere Lieblingskiste. Das wäre 38, 20, 50, 61, 8, so ungefähr 13.200 bis 13.250 roundabout. Also da ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. So pingelig muss man nicht sein, aber es geht drum, wie immer, es muss in die Kiste gehen. So, also insofern, wenn wir jetzt diesen 5-Fäller haben und jetzt es wackelig hier hoch käme, dann wäre die starke Seite nach unten, dann wäre die Korrekturseite die schwache Seite nach oben. Und insofern ist das also etwas, was ich nach unten eben entsprechend ausrichten würde. Sprich, wenn wir die Zwischentiefs hier durchstoßen, das könnte zum Beispiel so eine A, B, C sein, dieses Zwischentief durchstoßen, dann ist das, was wir vorne haben, machen wir es doch gleich korrekt, das, was wir hier vorne haben, so ungefähr das Mindestziel. Und ihr seht schon, das hat den Reiz, dass wir auch eine relativ gute Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Trade sicherlich bekommen könnten. Den ersten Teil der Aufgabe, den hat er schon erfüllt, nämlich einen starken Anstieg. Den zweiten Teil, nämlich etwas Wackeliges, der fehlt noch. Ein bisschen könnte man das Augentraining-mäßig hier so aufsehen, relativ starke Bewegung, wackelige Bewegung, die Fortsetzung nach oben. Das Ganze nach einer größeren vorangegangenen Korrektur, also eine erste Bewegung, naja, ganz streng genommen nicht, der war höher. Aber hier können wir ziemlich sicher sagen, das war der höchste Punkt, denn der Kurs kam von unten. Also gemessen auf diesen Tiefpunkt hier kam der von unten. Dementsprechend das hier, die erste Bewegung, dementsprechend hier die Projektion nach unten. Also eine wichtigste Aufgabe, 13.200, 10, 5, irgendwie was. In diese Richtung sollte er mindestens erreichen, ABC-mäßig das Zwischentief als Trigger und dann wäre das für mich ein Short. Ist damit die bullische Möglichkeit komplett vom Tisch? Naja, komplett vom Tisch ist sie dann, wenn der Kurs tatsächlich diese Bewegung macht und nach unten bricht, dann ist das nicht mehr mein vorzügliches Bild. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für tiefere Niveaus viel, viel relevanter. Aber was wir noch nicht wissen, was er hier macht, wenn diese Bewegung, die da jetzt ist, irgendwie eher so aussieht, dann ist das überlappungsfrei nach oben. Und das ist eben genau nicht korrektiv. Ihr denkt dran, dreiwellig, da kann ich viel überlappen, gibt ja nur eine Gegenbewegung oder mehrere Gegenbewegungen, zum Beispiel hier eine und nochmal hier eine. Und wenn diese hier niedriger ist als der, also überschneidend, dann wäre das korrektiv und das wäre dann der Trigger für die Abwärtsseite. Hier ist der höher als der, also nicht überschneidend. Also starke Richtungen und dementsprechend würden wir eher nach Korrekturen die Long-Seite wieder handeln. Also welches von den beiden Sachen passiert, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er als letztes diese starke gemacht hat und jetzt bräuchte es nur noch die Korrektur und so weiter für den jeweilig nächsten Short. Wer jetzt hier in Panik gerät und sagt, oh Gott, jetzt redet er wieder über die bärische Seite, wir sind im Fünf-Minuten-Chart. Es geht um das, was wir heute im Laufe des Tages, vielleicht bis heute Abend, irgendwie was noch machen können. Es geht mir hierbei nicht, dass die Welt jetzt untergeht und der Markt in eine völlig andere Richtung laufen wird. Es geht hier tatsächlich nur darum, dass die aktuelle Nachmittags- bis Abendbewegung, vielleicht reicht es auch noch bis morgen, zumindest aktuell beste Voraussetzungen hätte für die Short-Seite, wenn er nur korrektiv in die mittlere Höhe da eben vorstößt. Übergeordnet ist das nochmal wieder ein ganz anderes Thema, wobei ich sagen muss, beim Nasdaq finde ich das Bild am wenigsten übersichtlich. Da würde ich mich am wenigsten gerne aus dem Fenster lehnen. Aber wir erinnern uns, mindestens der Dow Jones hat eigentlich ein ganz gutes Bild für die Aufwärtsseite und solange die Tech-Titel da jetzt nicht komplett irgendwie berserk gehen und in die andere Richtung, halte ich die Aufwärtsrichtung natürlich dann entsprechend hier ebenfalls für ganz gut. Aber ganz grob im Tagesschart nochmal geguckt, so richtig mega finde ich Rücksetzer, die ständig hier überschneiden, hier nicht. Also ich habe hier so meine Zweifel, was passiert, aber es gibt im Moment keine Indikation für Short. Hast du doch gerade gesagt, im 5-Minuten-Chart. Wenn der Kurs jetzt wirklich bis da runter geht, dann wäre das hier. Oder von mir aus auch hier. Das ändert doch nichts an dem bullischen Bild. Dann lass den armen Kerl doch mal hier ein Päuschen machen, dann kann er ja wieder weiterlaufen. Aber das wird später entschieden. Ich würde jetzt hier die Longs, falls ihr hier langfristig long seid, würde ich die jetzt nicht schließen. Da gibt es im Moment keinen Grund. Auch dieser Rücksetzer, den ich hier genannt habe, wie gesagt, das ist für die Freunde des Schnellen zwischendurchs, aber nicht jetzt irgendwie relevant für die Übergeordneten. Da hat sich ja nichts dran geändert. Stop hinterherziehen, naja, der ist sehr eng. Da wäre man jetzt vor Tagen schon rausgeflogen. Dieser hier würde jetzt im Moment das noch offen lassen. Oder eine andere Stopp-Logik. Ihr könnt ja auch sagen, die Größe nehme ich hier unten ran. Also nur mal ein Beispiel. Ich messe so einen anderen, größeren Rücksetzer und sage, da setze ich meinen Stopp hin. Der war, glaube ich, kleiner. Aber immer noch unter dieser Marke. Also ihr seht, irgendwo diese Marke oder vielleicht dann irgendwie 12.700. Dann hätte man so ein bisschen die Orientierung, wie waren denn die letzten kleineren Rücksetzer. Oder ihr wollt halt mehr absichern, also nicht enger absichern, sondern weiterlaufen lassen. Dann hättet ihr halt die nächsten dann irgendwo bei 12.200. Dann hättet ihr auch diese Größenordnung. Aber es ist eine andere Geschichte. Soll jetzt nicht Thema des Nachmittagsvideos unbedingt sein. Ihr kennt da ungefähr meine Meinung und wir halten euch natürlich auch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden. Beim S&P ist es grundsätzlich nicht anders. Starke Abwärtsbewegung, deshalb hört das Bild relativ analog. Und ihr seht es beim Dow Jones sieht es ähnlich aus. Ihr hattet ja eh von mir schon gehört. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier nochmal runtergehen. Das Video von gestern ist also hier noch voll gültig, nämlich die Erwartungshaltung, dass wir irgendwie 33.500, 400, irgendwie sowas, vielleicht auch 300 sehen, wäre kein Problem. Merkt euch, die Hochs vom 22. März bei all den Indizes, den Amerikanern und auch beim DAX gleich, da ist das eine Indikation. Solange wir da oberhalb bleiben, ist die Welt noch nicht ganz verloren, sondern sieht es ja noch ganz gut aus. Also auch hier im bullischen Bild ja noch alles möglich. Aber Intraday, jetzt nicht so wirklich der Burner, so etwas hätte den Liebreiz einer tollen Short-Idee. Das, was wir hier haben, ist es der höchste Punkt, der war höher als die vorangegangenen, böte dann die Chance, dass zumindest mal sowas nochmal kommt. Vielleicht 33.800, 750, je nachdem, wie hoch diese Gegenbewegung dann ist. Ihr wisst ja, das legt man dann immer auf das Ende dieser Bewegung an. Und wenn man sagt, aber ich weiß ja noch nicht, wo das Ende ist, spätestens wenn er sich diesem Trigger hier annähert, wüsst ihr ja, wo das Ende ist. Und wenn er da oben rumeiert, natürlich nicht. Aber wenn er dann anfängt umzudrehen, habt ihr eine Idee, da gehe ich Short und habt eine Idee, da drüber wäre dann im Prinzip das Anlegen für die Abwärtsseite nochmal. Wie sieht es beim DAX aus? Naja, auch nicht wirklich viel besser. Ebenfalls hier die jüngste Bewegung relativ stark nach unten. Okay, das war jetzt nicht gemeint, aber relativ stark nach unten. Auch hier würde gelten, wenn der DAX Future hier eine wackelige Aufwärtsbewegung in die Mitte des Raums. Ich mache es mal groß, viele wünschen sich das ja. Messt im Zweifelsfall höchster Punkt, tiefster Punkt, kann man auch nochmal richtig machen, so höchster, tiefster Punkt. Da ungefähr, ihr müsst das ja nicht mit der Kiste machen. Wenn ihr jetzt gar nichts habt an Hilfsmitteln, dann macht ihr Pi mal Daumen, nehmt das Geodreieck raus und sagt, okay, wo ist ungefähr von da nach da die Mitte? Ja, ungefähr da, circa da und dann macht ihr ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, so in der Richtung, das müsste so in etwa grob geschossen. Nehmen wir mal, ihr habt irgendeinen Chart in der Zeitung, sonst irgendwo, gut, wer liest noch Zeitung, aber dann hat man nicht vielleicht immer ein Zeichentool. Dann hat man aber trotzdem eine Idee, welche Größenordnung das hat und dann seid ihr zumindest mal näherungsweise dort, wo wir es natürlich per Messung gerne hätten, nämlich mit Fibonacci ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ihr seht, da kommt man auf den gleichen Level. Also schöner ist es, mit Fibonacci zu zeichnen. Wenn der Kurs jetzt nochmal tiefer geht, ein bisschen, dann stört uns das grundsätzlich auch nicht, nur dass ich dann vom höchsten Punkt zum dann tiefsten Punkt ansetzen muss und dann die entsprechende Box hier habe. Erwarte dreiwellig oder mehrfach wackelnd mit Überschneidung böte die Short-Seite die Entries. Wie gesagt, ob die jetzt kommen, das weiß ich nicht, aber das ist ja eine Sache, die ich auf einer Pobacke absitzen kann. Einfach daneben sitzen, gucken, wackelt das hoch, dann gehe ich eben da Short. Wenn er nach unten durchbricht, macht er es nicht. Dann weiß ich, dass wir darüber gesprochen haben. Dann warten wir auf die nächste Gelegenheit, die sich da gibt. Das Ganze kann man natürlich im kleineren und im größeren Bild ebenfalls machen, je nachdem, auf welchen Zeitebenen ihr euch am wohlsten fühlt. Hier gilt natürlich auch, eigentlich würde ich ganz gerne nochmal sehen, wenn wir die 15.620, das klingt sehr genau, aber irgendwie sowas um diesen Dreh zwischen 600 und 700 nochmal sehen, vielleicht sogar 600 irgendwie was, das fände ich ganz schick. Das wäre dann eine schöne Korrektur, wenn diese langsam aber sicher käme, wäre noch kein Bruch für die bullische Seite. Und wenn der Kurs die 22. März zwischen Hochmarke ungefähr 15.300 beim Index oder 460 hier beim Future nicht durchstößt, ist die Welt im Übergeordneten für die Bullen auch immer noch vollkommen in Ordnung. Da gäbe es dann noch nicht wirklich zu maulen. Ja, mehr gibt es hier nicht zu berichten. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Und wenn etwas Positives, ich drücke euch die Daumen, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.